hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist nein ist du da ja was ist denn jetzt passiert hier so probieren wir es noch mal da muss ich wieder alles einstellen wie sechs minuten normal als er hat verloren gegen gegen die wolver hemden wann er ist so kündige flüsse woe was machst du da meine güte ja leider sehr genau da habe ich mir da habe ich mit schalke spielen die wenigstens ein bisschen besser ich bin nicht gegen schalke so jetzt muss ich wieder alles einstellen auch manche von vorken auch eigentlich war so froh dass das alles besser war so komme ich jetzt nicht was jetzt los ich komme nicht zu den anderen spielern was ist denn da los ich habe ich noch die falsche formation dankeschön ja toll ja passt so wie es kommt jetzt noch mal ab so kann er jetzt besser tun und die können ja nicht wie sollten das werden wenn ich mit denen ich richtig spielen kann ja nur ein orakel so ich sehe schon das orakel 6 für dich ausgehen und ich habe noch sechs minuten eingestellt hallo und herzlich willkommen zu einem neuen orakel auf meinem kanal und zwar heute das spiel nürnberg gegen bayern-münchen und ich habe heute hier ein gastspieler und zwar der leon so wir dachten wir nehmen das mal auf hier weil wir eben noch für das youtuber cup aufgenommen haben das müsstet ihr gestern gesehen haben das hinspiel nächste woche samstag auf meinem kanal genau nächste woche kommt das rückspiel auf leons kanal könnt ihr mal abchecken wenn ihr wollt leon 14 05 ich tippe auf ein wach was typisch gegen 40 ok ich sage dann mal 30 ich wollte sogar leon das geht schon was nicht so und da ist schon das 1 zu 0 für die bayern ja fängt doch schon mal gut an das war doch ein fahrer ach ja hallo sanches hallo stürme hallo leon gut eigentlich ist das ein bisschen unfair das spiel oder oder weil nürnberg ja nicht so berauschend ist ein fifa oder naja hat ja mal 71 71 und 3 auch mal und wieder geht es nach vorne hier für die bayern lewandowski und hier kommt knapp und das war natürlich wieder gar nichts hier nein was macht den müller der fail fehl im rogel das wieder typisch müller der macht die stolper also sowas ist ich kann ihn auch im richtigen das gibt es nicht wo es gibt ihr könnt ja mal gerne an die kommentare schreiben was ihr tippt als die meisterschaft ist ja eigentlich noch ziemlich offen also da wird es noch spannend jetzt müssen eigentlich raus schmeißen aber mich jetzt rauswerfen würde dann würde es aber ein 30 für mich geben was für ein kopfball das sind halt dies wenn sich dies wenn sie spieler das ist da nicht wahr oder das ding übers tor also wenn ihr mal ein orakel mit mir aufnehmen wollte in fifa schreibt mich mal an aber bitte keine e-sportler ich bin auch weltklasse 111 abseits das ist belastend ich habe jetzt gedacht jetzt macht er mit nürnberg das den ausgleich mir auch fast so gewesen auch alaba ich weiß gar nicht warum ich müller drin haben auch müller also es war mal eigentlich mein lieblingsspieler aber moment ja ich dachte es war kümlich ja zeitlang war sagen wir mal da müller ich habe ja eine tasse von müller und t shirt wurde müller drauf ist ich habe ich nicht hochgeladen da hätte ich nicht hochgeladen doch seitdem bis morgen hätte ich alles raus geschnitten zu machen dort tatsächlich ich hätte auch kämmer die halbzeiten kürzer machen ich glaube die die spiegel für das youtuber cup die haben wir auch länger gemacht als sie sollten ich glaube die sollten nur pro halbzeit zu fluten gehen dann habe ich ja auch egal ich denke da nie dran wegen den halbzeiten ich dachte ich dachte ich dachte ich dachte das ist mehr abwärts gewesen 2 0 zur ecke ball für nürnberg so wo sind meine spieler hallo ja wo spielst du hin danke keine spieler war drüber was machst du ja klar nein wo da draußen warum hast du nicht keine ahnung ich konnte oder ich weiß gar nicht ob ich da war der doch auf der bank ich kann ich habe mir nur die bank gesehen eben tore 2 0 schüsse 8 zu 4 aufs tor 3 zu 3 was 3 zu 3 also irgendwas muss ich ändern ich muss jetzt müller rausholen ja gut urreich hätte ich können rein machen das stimmt und sie hätte ich gerne auch mal rein machen aber egal so geht es in die zweite halbzeit und das geht es wieso bist du nicht dran knapp wie ach ich habe den dinges grünen leuchten sehen trofäer halten timing ja du hast mit einem finish grad gemacht also 3 0 steht schon mal so und weiter geht's was macht der leon da ich bin mit dem tor hat er ist vielleicht noch am besten oder was ist auch beton was für die beste gesamtbewertung mit 76 ja der ersatz soll da hat natürlich den 66 als gesamtbewertung das sieht ja aus wie an boxing gameplay vielleicht ist das auch muss da jetzt eigentlich nur ein bad weg denn das ist da einfach so jemand spielt in nürnberg alles klar ist wirklich der beste mit 76 lames martin ja der von hamburg nach nürnberg gegangen so tabellen mäßig sieht so aus dass nürnberg auf dem 17 im moment ist mit 18 punkten ach da schaffen sie noch schalke schalke muss nur noch verlieren ja schalke muss bei denen geht ja auch alles tun darüber wie beim hsv obwohl hsv könnte aufsteigen aber ich will das nicht die können wir können ruhig noch ein bisschen da unten ja das stimmt eigentlich so knapp wie die schießen nicht schießen ich habe nämlich schon die schießen taste gemacht ja alles klar ein buch für die bäuer ach was mache ich denn da so manchmal so roppen roppen läuft aber ich versuche ach schade ich wollte jetzt mal den roppen roppen hier man was hat er mal drauf geschossen nein gut passt das freischluss aus dem 16 was also manchmal ist das ich echt wie ein deppchef alaba ich glaube ich wechsle auch noch einmal warte mal nein nicht zurück hier ist noch gar nicht gewünscht der nächste fehl ich wollte auch wechseln was mache ich denn heute hier ja so wichtig ist es jetzt auch nicht so jetzt ich komme oben einfach mit umgekriegt wenn haben wir dann da noch auf der bank das müsste eigentlich schon gewesen sein so 40 sekunden wer ist das denn wer schreibt mich dann da auf insta an das stimmt ja wollte ich eigentlich mal hervor reinschauen ja komm schon also jawohl nein zu spät gespielt also 30 wäre schon mal realistisch und jetzt 40 noch irgendwann fällt oder 31 ich krieg die krise nein ich mache nur fail per se so gleich haben wir die 85 minute ach lewandowski alter hallo noch werden haben wir denn da schade schade also hier steht auch noch im abseits ja ich könnte an boxing im play sein nein der torwart hält so letzte ecke wahrscheinlich ach ja 30 ja denkt dran eure ergebnisse in die kommentare zu schreiben ich hoffe euch hat dieses orakel gefallen und sage ciao kakao ciao tschau